Schon wieder getan. Der Regisseur blickt mit seinem neuen Film im Keller in die Seelen der Österreicher und vor allem ihre Keller. Was man dort findet? Fünf grölende Männer vor Nazi-Flagge und Adolf-Hitler-Porträt. Unter ihnen zwei Gemeinderäte der ÖVP. Kollege Andreas Berger hat recherchiert. Fünf Männer in einem Keller, voll mit Hitler-Bildern und Hakenkreuzen. Unsere Recherchen beweisen, mittendrin sind zwei ÖVP-Gemeinderäte. Wann zieht das mit Ihrer Tätigkeit als Gemeinderat? Dieser Film geht der österreichischen Seele unter die Haut. Der neue Ulrich-Seidel-Film Im Keller zeigt, was in Österreichs Haushalten unter dem Erdgeschoss passiert. Ein Keller sorgt dabei für besonders viel Aufregung. Ein Kellerstüberl mit Hakenkreuzfahne, NS-Armbinde und Adolf-Hitler-Porträt. Puls 4-Reporter Andreas Berger macht sich auf die Suche und wird bald fündig. Im burgenländischen Marz bei Mattersburg wohnt der Besitzer des Kellers Josef Ox. Als wir eintreffen, kümmert er sich gerade um seine Ziegen. Die Aufregung um den Keller versteht er nicht. Da sind ja Sachen dabei, wie zum Beispiel das Hakenkreuz, die sind ja in Österreich eher verboten. Wieso haben Sie das? Als Sammler ist es nicht verboten. Man darf es ja sammeln. Man darf es nicht heraustragen. Aber man darf es sammeln. Was halten Sie von dieser Gesinnung da? Überhaupt nichts. Ich bin ein Sammler. In der Bevölkerung gibt man sich wortkarg. Das habe ich gar nicht geschaut. Ich habe nur die Leute geschaut. Okay. Das ist natürlich nicht tot. Da sage ich gar nichts dazu. Naja, was wollte ich sagen? Lieber nichts. Wir finden jedoch noch mehr heraus. Zwei der fünf Personen im Keller sind nämlich ÖVP-Gemeinderäte. Wir starten Ihnen einen Besuch ab. Ich bin nicht interessiert auf ein Kommentar oder auf irgendein Interview und nichts. Beim zweiten Gemeinderat treffen wir nur die Gattin an. Sie hat mit dem Keller von Josef Ox kein Problem. Also ich habe noch nichts zu sagen. Es ist, es macht jetzt glaube ich auch so einen Elefanten aus einer Mücke. Der Herr Ox ist einfach ein leidenschaftlicher Sammler und sehr geschichtlich war, also interessiert. Und darum ist es für uns eigentlich, wie soll ich sagen, nicht so auf diese Nazi suchen. Was sagt der Bürgermeister zu diesen sogenannten Nazi-Sachen? Vor die Kamera möchte Gerald Hüller von der ÖVP nicht treten. Er hinterlässt uns aber folgendes Statement. Ich bin mir auch sicher, dass die im Film zu sehenden Personen unter dem Vorwand, Herr Ox soll als Sammler und Musiker dargestellt werden, zur Teilnahme an einer feucht-fröhlichen Musikerprobe überredet wurden und überhaupt nichts in Richtung einer Wiederbetätigung zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Illegales ist hier nicht passiert, aber was sagt es politisch aus, wenn ÖVP-Politiker in Kellern mit Nazi-Devotionalien feiern? Wir haben nachgefragt. Es ist gerade von politischen Mandatsträgern der Republik Österreich, die auf diese Republik vereidet sind, das heißt aber auch auf die Gesetze dieser Republik und somit auch auf das Abzeichengesetz, wäre doch zu erwarten, dass man als Mandatsträger dieser Republik dem Herrn sagt, dass es sich hierbei um verbotene Symbole handelt. Der Nationalsozialismus mitten in unserer Gesellschaft, besucht man den Keller von Josef Ox, wird zumindest hier dieser Eindruck bestätigt. Und einmal mehr ist die Realität erschreckender und skurriler als jedes Drehbuch. Das ist die Realität, das ist die Realität, das ist die Realität.